Macht euch bereit, macht euch bereit, das singe ich jetzt so lange, bis es alle mitsingen. Falls schon ist Weihnacht, für mich sehr Weihnacht. Weihnachtsfest im Altonaer Kinderkrankenhaus. Gemeinsam mit Sänger Rolf Zukowski, Schirmherrin Cornelia Poletto und natürlich dem Weihnachtsmann konnte man die kleinen und großen Patientinnen und Patienten bestimmt glücklich machen. Der Weihnachtsmann ist sogar extra mit Hilfe der Feuerwehr durch die Fenster geklettert.